Willkommen zum vierten Part von New Super Mario Bros. Wii! Wir starten jetzt das Castle, damit wir endlich mit der... Das war ein Handy. Damit wir endlich mit der ersten Welt durch sind. Und ja, drück einfach auf A, wenn du nicht mitkommst. Okay. Und dieses Castle sieht nicht so einfach aus. Hauptsache für mich, denn ich bin... Gut. Yeah. Gut. Gut. Okay. Egal. Das war nicht meine Schuld. Dann... Wie befolgt, ich spiele auch manchmal alleine. Und manchmal auch nicht. 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 Ich bin so einsam, wenn ich alleine spielen muss. Das waren jetzt mal ein paar Witze, aber... Kommen wir jetzt mal wieder zum Spiel? Ja! Also, dieses Castle ist nicht besonders einfach für die Anfänger, weil... Dies ist das... ...Anfänger mit Castle eigentlich. Aber es scheint nicht so einfach zu sein. Okay. Okay. Danke! Ich wusste, dass das passiert. Wie gesagt, das Level ist schwer. Ja, und diese hässlichen Steinblöcke sind da dran geschmückt. Wie heißen die? Steinblöcke. Hilfe! Mann, scheiße, wir haben nicht alle gekriegt. Ui! Okay, kommen wir zum Wesentlichen. Äh, das ist das Wesentliche, was ich euch zeigen wollte. Okay. Äh, oh Mann! Wir sind alle nie zusammen. Ey, ey! Los, los! Komm! Bist du zu faul, um zu gehen? So! Endlich! Wenn ich euch befreien muss, bin ich nicht zu faul, um zu gehen. Naja, ich hatte dich doch. Ja, auch vorhin warst du zu faul, um zu gehen. Deswegen muss ich dich bestrafen mit Soja-Würfeln. Fettfreie Soja-Würfel. Dies Let's Play wird nicht lange, weil, äh, ja, unsere Kamera ist schuld. Kann ich immer so lange aufnehmen, wie die es eigentlich sein sollte. Okay, dann komm mit. Tschüss! So, jetzt... Ich bin spannend. Jetzt kommt unser Boss. Jo, eigentlich, wenn man kämpft, ist es sehr leicht, weil man muss eigentlich nur ausweichen und auf seinen Kopf springen. Oh, und es gibt was sehr cooles, wenn man mit mehr Spielern spielt. Die Mega-Stampff-Attacke. Die probieren wir mal aus. Eins, zwei, drei! Na ja, die schaffen wir nicht. So oft. Ach, scheiße. Haben wir beim ersten Mal gemacht, hat es gleich funktioniert, aber... ...die Situation jetzt in diesem Boss klappt nicht mehr. Oh, nein! Oh, schade, ich bin nicht mehr dabei. Ja, ich hab' alle mein Leben verbraucht. Ja, irgendeinen Quatsch. Ja, Mario. Mario ist jetzt allein, ich bin auch gestorben. Aber... Er muss den ja noch einmal klatten. Schlüssel! Für nichts, nur für rauskommt. Ein Schlüssel für rauskommt, nein, für die zweite Welt. Ach so. Ja, hat das Spiel nie gespielt. Er hat's noch nie gespielt. Doch. Anstatt einfach aus Schiff raufzuspringen. Drücken auf zwei! Ja. So witzig. Hupengeräusche. Okay, Punkt. Ja, als Junior Bro soll ich geweckt werden, das habe ich Hupengeräusche gemacht. Einfach weiter rin. Ja, obwohl da keine Straße ist. Die machen einen fail. Darf keine Straße. Und ich hasse diese Welt. So, wir können nur noch ein paar Level machen, wir können höchstens noch sieben Minuten aufnehmen. Sieben Minuten fün 60 Sekunden, 40 Sekunden, ja. so und wenn ich hier gerade dabei sind er bitte an die Kommentare schreiben wie wir waren Likes machen wir waren so schlecht naja ok jetzt mach ich ernst ok jetzt meinte er ernst schreiben wie wir schreiben uns wie gut wir waren und gibt uns sehr viele ich bin der beste von uns also bin ich am wichtigsten ne gibt uns sehr viele Daumen hoch obwohl wir fast gar keine Daumen hoch haben hey gibt uns sehr viele Daumen hoch obwohl wir noch keine Daumen hoch haben das mein ich jetzt ernst ähhhhh ok ahhhhhhhhh Nein, ah, Entschuldigung äh da hat kurz die Kamera umgekippt also da könnt ihr nur vorspulen ist auch scheißegal und zwar nur ein paar Sekunden also kommen wir zum Wesentlichen nämlich dem Spiel ähhhhh 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 Aua ich hasse deine Visagen du Goomba eure Visagen versauen meine Kunst Marisa, wieso haben diese Goomba-Viecher so eine hässliche Weißdachs? wir sind hier bei Mario und nicht bei ähhhhh Pinguin aus Madagascar ich weiß aber ich lieb dieses Spiel ich meine verdammt so haha haha und die Fahne betrifft einen Speicher ja, genau hör auf ich bin leider gestorben, bin raus aus dem Spiel und er hat geklatscht obwohl wir nichts wunderbares gemacht haben jetzt solltest du eigentlich klatschen aber die klatschen immer wenn ihr ein Star-Kart holt, oder? normal, das ist unnötig ähhhhh, weil wir uns hier noch mal noch einer Star-Kart also... egal, mach ich den Punkt aber eigentlich ist das nervig das möchte ich nicht Ehhhhhhhhh so, ok Nein! Ok, die können wir nicht kriegen garantiert nicht ok, jetzt befreie mich bevor ich sterbe und jetzt komm mit, ich trage dich sicher rüber oh, danke, dass du mich auf den Schoß genommen hast das war kein Schoß, das war mein Kopf oh Entschuldigung, dass dein Kopf stinkt ich hab nichts getan ok, ja ist eigentlich ein kurzer Weg ne, doch nicht äh, wartet mal kurz ich muss mal das Bild ein bisschen besser ok, das ist besser ok, wir holen uns jetzt noch ein paar Items und dann, ja, war's das, glaub ich, mit diesem Let's Play und sehr viele Daumen hoch wünschen wir und in die Kommentare wiederholen wir mal wieder reinschreiben sehr viele Kommentare ja auch Kommentare weil wir haben auch keine Kommentare ja, das stimmt eigentlich, also bitte in die Kommentare schreiben wir die wir sind jetzt noch kleine Kinder, also nein wir sind keine kleinen Kinder wir sind erst eine Mischung aus 8 und 55 nein ja, Firebloom bekommen wir einen Propellerpilz Minipilz ein Bowser Junior ein Stern Minipilz nein Bowser Junior egal, wir haben viele Items ein Stern Propellerpilz ja, wir haben alles einmal ja, stimmt hm, 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 hm das reicht doch hm, hm, hm wir sind hier nur zu dritt also Leute, ähm dann, das war's wohl mit diesem Part für heute und sehr viele Daumen hoch Kommentare nicht vergessen und dann... und bitte nicht Kommentare auf Englisch habe ich schon in der... Beschreibung vom Part 3 geschrieben eco weil, das können wir nicht lesen dann... tschüss Leute